den stick schnell zu drehen hilft beim märchen auch okay merke ich mir mal 3 hier hier das hat ja viel gebracht ja 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 ich habe nicht treffe die ganze zeit finde ich gut einfach gegen die kante geprallt also muss sagen pommelhoff hat bisher noch die beste Arbeit gemacht naja abseits von Little Mac der mit dem K.O. Punch getroffen hat ja der eine Lucky Punch naja pommelhoff war äh hatte ich ein bisschen Schiss ehrlich gesagt generell ey Kirby war auch gefährlich Kirby hat Ridley besiegt wieder so ein Char der echt gefährlich ist musste einmal falsch getroffen werden und du stirbst einfach ja aber muss erstmal treffen dafür das ist ja das Problem bei mir wenn ich gegen die Spiele ja das stimmt Kirby hatte wie immer Platt Plot-Armor und Smash упack duzierst noch mutig Nein, wow Das war cool Richtig tot einfach. Keinen guten Job gemacht. Inkling into Sinkling Was? Inkling into Sinkling Richtig Sinkling. Jetzt brauche ich erstmal was zu trinken. Guck mal jetzt muss ich doch nur 20 Charaktere Doch mit dem verbleibenden zwei die müssen jetzt auch je 20 besiegen Passt das ja Ähm Wie viel habe ich jetzt noch? Wie viel steht in meinem Chat? 82 Leben, das heißt 41 Charaktere, ja Dann hast du nur noch Karren Und den Secret Boss Okay Nach den ganzen toten Eltern kommt die Rache von Papa Bowser Ja The Young Rage Moment einfach, ja Nee, Peter hat ihn noch nicht Nee Wen Peter? Hm? Peter hattest du noch nicht? Peter? Was ist Peter? Oh Gott, na Ja Das war schon so paralysiert, dass ich ja direkt untergesprungen bin Oh, ich freue mich schon auf Säler hier Nein Wah Wow, deine Armor Ja, nice Das war natürlich totally intended Ich hab den Ja Ja Als ob Jetzt kommt mein WiFi main Geh weg Nein Oh mein Gott, ey Zu spät gesehen, dass du direkt vor mir gelandet bist Zu meinem Glück Ah No Das war gut getrapped Richtig getrapped, ey Wifi, hab ich gesagt, nicht Waifu, aber Waifu passt auf Waifu main Okay, 40 Charaktere noch Ja Zelda, du musst jetzt noch mindestens 20 besiegen Alter Wolke-Chan Alter Wolke-Chan Drei Zwei Eins Los O Wifi mit Drei Zwei 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 Ze einfach acity Zwei Zwei Einfach die Beine weggeschlitzt. Richtig weggeschlitzt, ey. Das Phantom reckt mich, glaube ich, mehr als alles andere bisher. Ja, klar. Es muss auch immer schön draußen sein. Ja, stimmt. Es ist immer so krass, wenn man sich überlegt, welche Chars hast du denn potenziell alles noch? Und dann... Gefühlt die ganze untere Hälfte, weil ich da noch fast keinen von genommen habe. Ja. Blan-Gang. Arme meine Bewegungen nach. Nein, auf! So. Ah! Das ist ein dummer Teleport. Oh, oh. Einfach gefressen. Einfach gegessen. Die Anspannung in der Teile fragt der. Ah! Kehren nun zur Ausgangsposition zurück. Als ob! Boah! Mit der... Mit dem letzten Pixel der Schwertspitze. Ahaha. Der Tipper. Richtig die Schwertspitze. Just the tip. Ahaha. Wäre cool, wenn der Knight noch zusätzlichen Tipper hätte. Es kommt davon, dass Jan nicht zur Ausgangsposition zurückgekehrt ist. Stimmt. So. Hey. Der Kackerman. What, man? Der Kackerman. Guck mal die Farben an. Richtig harter Dünnpfiff. Ich wäre ja nicht so sicher. Ja, ja, ja. Was? Warum? Okay. Okay. Ich war voll an der Kante und Megaman so... Ach nee, lass mal. Ich glaube, du warst doch in deiner Animation drin. Ja. Ich bin. Mit Magic vollgepumpt, ey. Ja. In Megaman 12 immer noch den FeelsBatman. Was? Der FeelsBatman in Megaman 12. Was ist denn mit Megaman? Also FeelsBatman, das war ein Geist, der ist ja richtig geiler, man. Zelda hat Megaman Zelda am Pro gepackt. Kann gut sein. Der Lümmel. So, quasi Mirror Match. Ja, sozusagen. Drei, zwei, eins, los. Da war eine Faust gegeben. Oh oh. Was hat der Weg gar nicht dachte? Schwierig zu fassen, ich fliege gerade. Au. Oh. Woh. Ew. Hah, ha. Ha. Ho. Boah. Boah. Woo. Hello. Juh. Ho. 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 Alter. Oh oh. Oh Gott. Könnte Sprung mehr. Wie weit hat ein Nairus Umarmung bitte weg. Stirb. Ich war voll nervös. Ich bräuchte einen Lightning Stöckel und Fagic Kill Counter. Stimmt. Die meisten häufigsten Kill Moves. Timeline Paradox. Wähle deinen Kämpfer Joker. Looking cool Joker. Jetzt darf ich auch mal cool aussehen. Nur wenn du uns doch ziehst. Ja gut. Das macht ja nichts. Zeig dir mal meine Persona. Hier guck mal. Ja gut. Ich würde jetzt jedes Mal sagen müssen, wenn ich das Ding rufe. Also quasi alle drei Sekunden. Du hast nicht gerufen. Ich bin enttäuscht. Okay. Persona. Ah. I fly. I die. Hahahaha. Ha. Persona. Oh na. Ich hasse deinen Teleport. Kannst dann casten, dreck mal, der kann sich drehen verpissen. Gar keinen Bock drauf. Nein, Arsene! Ah, Eger! Der Eckart. Der Eckart? Hopp. Arsene. Nein! Nice! Wusstest einfach, dass es passiert, solange der Afer noch da ist. Jetzt darf es so cool aussehen. Ja. Denk einfach nie dran. Close one. Oh. Nein! Oh, muss ich schon sagen. Ich bin froh. Nicht so ganz. Oh, oh. Ach so. Nein! Was? Was hat das denn für eine Janschelle? Richtig Janschelle gegeben gerade, einfach. Looking dead, Joker. Aber ohnehin, er hat ein Leben geschafft abzuziehen. Ja, nicht cool. Er hat noch ihre 40 Chars noch nicht erfüllt. Das waren gerade, wie viele waren das? Das waren erst mal fünf, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann sein. Das sind echt heavy, Leute. Looking cool, Zelda. Looking Janschelle, Joker. Pikachu. Mähm. Mähm. Bereit? Wunderschön im Chat. Pikachu. Mit dem... Richtiges Macho-Mai, Pikachu. Die Weiterentwicklung von, 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 hier, du weißt schon. Von Machu. Machu. Ja! Machu Machu dann einfach. Ja. Oh Gott. Immerhin ein bisschen Schaden. Oh Gott. Ich wurde einfach weggeschoben. Au. Alter. High Heels ist Tode und ist einfach. Nein! Genau über dir. Hi. Hallo. Ich glaube, Jan kriegt kein Abendessen, wenn die Katze nichts macht. Ich habe 16% gemacht. Aua. 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 Aua gerade. Die Hälfte der Chars von mir sind tot. Ja, geil. Was? Was denn tot? Die Hälfte meiner Chars. Naja. Bei mir ist es mehr als die Hälfte. Ja. Die Hälfte der Chars von mir ist, wenn sie alle Leute abstreicht. Bei Pikachu hat sie aber ein Herz gemacht. Always in your heart. Ich werde noch eine Menge reißen. Einfach gleich die Neuen ziehen. Ich sehe schon, ich werde hier... Wow! Da war die Kante. Ich dachte, wenn du jetzt die Lucky Neuen kriegst, sieht das so aus. Nee. Das wäre mir zu unverdient. Und das? Nee. Nee, mich. Der hat gar nichts gemacht. Nee, der hat... Der hat mir als Pikachu gemacht. 11% mehr oder so. Hat sich aber mehr nach Deathforder angefühlt als Pikachu. Äh, der Kampf ging an sich schneller. So, ich glaube, die obere Reihe habe ich damit. Auch jetzt schon längst nach Pikachu weg. Game & Watch. So. Ich probiere mal Brad aus. Brad Pitt. Mr. Game & Dad. Game & Watch wurde jetzt in die erste Dimension geprügelt. Okay. Super Armor. Not so super Armor. Ich länge da mal hier, ne? Ich habe zumindest getroffen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist irgendwie witzig aus, wie du gelaufen bist. Jogging Zelda. Rennt und rennt und rennt, ey. Aua. Guck mal. Der Close-Up. Also, hi, jo. Der hat das richtig genossen. Hi, I'm Zelda. Ja, richtig. Hi, I'm Zelda. Wollen wir schon mit Ankündigung, ne? Guck mal. Das Phantom legt mehr Stricke zurück als Zelda. Ja. Geh nur und warte, bis du mir näherkommst. Alter, Magier-Duell. Ja. Daraen. The Rain. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass ich nur noch drei Stocks habe, ja? In dieser Challenge. Ja. Ja. Schade. Okay. Alter. Wow. So, wie machst du das einfach ständig aus dem Stand heraus? Geübt. Wie gesagt, ist mein meistgespielter Charakter. Ist mein WiFi-Main. Online-Tack. Da hat die Rolle nicht so ganz geklappt. Besser denkst du, du bist safe und dann kommt diese dumme Teleport plötzlich zu dir. Ja, das stimmt. Nein, ich wollte gerade blocken. Hi. Da war wieder die Schelle, ey. Ja. Die Kehle einfach weggeschlitzt. Sieh da. Alter, noch sechs Charaktere. Scheiße. Dann hat sie ihren Sold. Oder, Leute? Das ist ja, wenn... Ja, Jan muss auf... Nee, Quatsch. Noch. Viel mehr. Du musst auf 20 runter. Oder bin ich jetzt du? Nee, warte. Jeder muss 20... Auf 40 musst du runter. Jo. Richter. Der wird jetzt über dich richten oder so. Richtig über mich richten. Wie ein Keynesst really ist für dich. Hahah información. Ja. Ja.